Hallo und herzlich willkommen zu diesem ASMR Video. Ich stelle mir heute die Frage, ob vielleicht sogar ein Mini-Mikrofon besser klingt als mein großes Mikrofon und ob man damit auch gut ASMR machen kann. Deswegen testen wir jetzt verschiedene Sounds mit dem großen Mikrofon, mit dem kleinen Mikrofon. Dann dürft ihr und ich gern bewerten, was besser klingt. Let's go. Das kleine Mikrofon hat ja auch so einen kleinen Schaumstoffaufsatz und ich dachte, wir scratchen jetzt einfach mal den Schaumstoffaufsatz und dann das Mikrofon und gucken, auf welchem von beidem es besser klingt. Richtig süß, dass es auch wirklich mit so einem kleinen Schaumstoffaufsatz ausgestattet ist. Okay, let's go. Ich persönlich bin ja zum Beispiel eigentlich schon fast von beidem so entfernt, so vom Scratching auf dem Schaumstoffaufsatz und vom Scratching auf dem Mikrofon. Je nachdem, wie man es macht, kann beides so dicklich klingen. Okay, ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal den Aufsatz ab. Scratching jetzt mal ohne Aufsatz. Okay. 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 Okay, dann testen wir jetzt gleich, wie der Scratching mit und ohne Aufsatz auf dem Mini-Mikro klingt. Ja, wir scratchen jetzt mal ein paar Mal. Scratchen dann auch noch mit dem Schaumstoffaufsatz. Es geht an dir schon mal ein bisschen schlechter zum Scratchen. Weil nicht so viel Bläh hier da ist. Scratchen. Jetzt schaut voll niedlich aus, weil der Schaumstoffaufsatz schon zu groß war und der ist von dem Mikro schon zu klein. So ein Ball klingt, denke ich, zu 100% auf jedem Mikro ja anders. Alles Mini-Mikro kann man da ja irgendwie so ein bisschen reindrücken, denke ich. Das muss ja, denke ich, total anders klingen als auf dem Mikro. Testen wir es aus. Wir fangen mit dem großen Mann an und gucken, wie es hier klingt. Okay, dann gucken wir jetzt, ob der Ball auf dem Mini-Mikro klingt. Ich wollte noch ganz kurz anmerken, es wäre natürlich auch cool, den in Slimes reinzudrücken. Ich habe aber momentan keinen Slime, bei dem das so wirklich gut möglich wäre. Also die meisten meiner Slimes kleben halt am Mikrofon und ich möchte das Ding jetzt nicht ruinieren. Aber vielleicht kaufe ich irgendwann andere Slimes, da kann man das dann ordentlich besser. Machen wir mal diese Kugel hier, da bin ich richtig gespannt. Also bevor Leute fragen, ich habe das ja auch mit den Kopfhörern verbunden, die sind da noch mit angesteckt. Aber ich höre den Sound nicht. Ich höre mir den einfach hinterher an und ich muss sagen, ich fand das Ding klang gerade richtig, richtig krass gut. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser als mit dem normalen Mikrofon. Und dafür kriegt das Mini-Mikrofon, weil wir einen Pluspunkt, es tut mir leid. Und ich musste überall vor nochmal einen Punkt abziehen, weil das Mini-Mikrofon hält man sich halt irgendwie so in der Hand mundteln und dann... Ja, weil man halt vielleicht auch ein bisschen das ausatmen und so, das finde ich nicht so praktisch. Aber nichts grundsätzlich gegen das Mini-Mikrofon, sonst hätte ich es mir nicht gekauft, wenn ich es so schlecht finden würde. Was wir natürlich auch auf jeden Fall testen müssen, sind Mouthphones. Ich denke, es wird keinen so krassen Unterschied machen. Ich denke, ihr müsst eigentlich jedes Mikro gut anfangen. Ich versuche jetzt mal irgendwie, dass ich nicht aussehen aufs Mini-Mikro hat, wenn das zu laut wird. Der Schwamm hier müsste aber nochmal einen großen Unterschied machen, weil da kann man das Mini-Mikro hier auch so reindrücken. Und auf dem großen kann man das als Ohr drüber drücken. Ich denke, das wird komplett unterschiedlich gucken. Aber sich anhören, klingen, meine ich, testen wir es einfach mal. Okay, das ist nur das Mini-Mikrofon jetzt ein bisschen. Okay, das ist nur das Mini-Mikrofon jetzt ein bisschen. Okay, wir müssen heute nochmal diesen Brush testen, finde ich. Ich bin sehr gespannt, weil das überdeckt das Mini-Mikro halt komplett. Ich bin gespannt, wie das da klingt. Okay, jetzt muss ich ein bisschen machen. Das sieht ganz schön aus. Okay, bei den Löffeln bin ich einfach neugierig. Wie das am Minimikrofon klingen könnte. Weil das Minimikro ist ja auch kleiner als die Löffel. Kann ich mir irgendwie noch nichts vorstellen, wie der Sound wird. Testen wir dann mal. So klingt schon mal am großen Mikrofon. Ein Pluspunkt, den ich dem Minimikro geben kann. Und zwar, wenn ich diesen Vibe einfach hole. Das ist so dieser Influencer-Tik-Tok-Style. Wenn sich Leute einfach so vor die Kamera setzen und dann irgendwie sich das raushauen. Und dann so ein Minimikro da. Das ist so ein richtiger Vibe und I'm here for it. Finde ich cool. Jetzt haben wir noch den Löffeln. Da bin ich jetzt richtig gespannt. Die meisten Sachen, die wir jetzt getestet haben, die waren ja so direkt am Mikro. Jetzt gucken wir mal, wie das bei Sachen ist, die man nicht direkt am Mikro macht. Ich habe jetzt hier einfach mal ein bisschen Schaumknete. Das knete ich jetzt mal so in der Nähe vom Mikro. Das große Mikro müsste das eigentlich sehr gut auffangen. Mal sehen, wie sich das Kleine so schlagen wird. Achso, und ich musste mir nämlich kurz darauf abziehen. Ich habe schon gehört, dass es so ein leichtes Brummen irgendwie da. Ich weiß nicht, ob das gerade an meinem Kopf heranliegt oder am Minimiro. Das gucke ich dann später. Jetzt testen wir noch das Letzte und zwar die Schaumknete. Das wird ein bisschen unpraktisch, weil ich kann eigentlich nicht so weiter so gut in der Hand ankommen. Oh mein Gott, können wir das Minimiro da eintun? Ich weiß nicht. Eigentlich müsste der schauen. Ja, wieder. Also keine Sorge, man sieht die Technik nicht direkt dahinter, sondern ein bisschen weiter unten drunter. Und da kommt der Schaum, der verdruckt wird hier auch wieder. Hoffentlich doch zumindest. Würde ich jetzt aber besser eigentlich nicht bei einem großen Mikro machen, dann ist das zu schade. Ja, der trocknet wieder weg. So, eigentlich wollte ich mir mal testen, wie es außerhalb klingt. Moment, ich drüge noch ein Mikro mal. Ich drüge noch mal. Ich drüge noch mal. Oh noch. In dem Set waren übrigens vier Mikros drin. falls es doch kaputt gehen sollte ich habe doch drei andere aber ich bemühe mich natürlich dass es trotzdem lang hält ich möchte jetzt gerne noch ein Marzi ziehen und zwar möchte ich dem Mini-Mikro erstmal ein paar Pluspunkte geben, weil man den Schaum direkt aufs Mikro machen konnte das war jetzt schon wirklich cool ich habe es mal angehört, ich fand das klang auch ganz cool und von den Sounds her finde ich klang dieser Ball auch richtig gut mit dem Mini-Mikro die restlichen Sounds ja, fängt das Mini-Mikro schon ein, das funktioniert schon so Sachen wie Brushing oder Mouth-Sounds oder Löffel klingt jetzt auf dem Mini-Mikrofon nicht unbedingt cooler ich denke, das ist dann cooler wenn man so wirklich Sachen hat die man halt eben mit dem Mini-Mikro machen kann die man nicht mit dem großen Mikro machen kann zum Beispiel dass man das auch mal in Slime eintrunken kann so lang seit die Art von Slime ist, die nicht am Mikro kleben bleibt da habe ich ja wie gesagt gerade keinen deswegen ist das ein bisschen unpraktisch aber ich denke ansonsten mal den Mini-Mikro Sound-Funktionalität allerdings sehr sehr viele Punkte abziehen ist vielleicht auch tatsächlich unfair weil das Mini-Mikro eben nicht dafür gedacht ist dass man damit denke ich so richtig also professionale Aufnahmen macht aber ich möchte es halt einfach trotzdem für die Leute die sich mit Mikros nicht ausgehen trotzdem erwähnt haben und zwar normalerweise haben Mikros halt auch eine Funktion dass man die mal stumm schalten kann das hat das Mini-Mikrofon jetzt natürlich nicht man kann die Lautstärke nicht regulieren und ich weiß nicht ob so mein Kopf reinliegt oder nicht aber ich kann halt auch nicht direkt hören den Sound nicht direkt hören also so ein paar zigmäßig würde ich sagen dass ein Mini-Mikrofon wahrscheinlich eine gute Ergänzung sein kann zu einem richtigen Mikrofon weil man da halt einfach das Mini-Mikrofon in Dinge reindrücken kann nicht zum Beispiel eben den Ball oder ein Slimes und sowas das ist denke ich eine coole Ergänzung und was man natürlich auch als Vorteil sehen kann ist dass es günstiger ist ich glaube ich habe 12 Euro für 4 Stück oder so gezahlt ich weiß es gerade gar nicht mehr genau oder 15 Euro oder so gut ich musste mir einen Adapter kaufen weil ich ein Apple-Handy habe und ein iPhone 8 und da geht dieser kleine Gabelanschluss halt leider nicht mehr rein das kann ich jetzt natürlich nicht dem Mini-Mikrofon werben sondern die Apple und was man dem Mikro auch noch zu gut erhalten kann ist dass ich finde so auf dem iPhone oder so hat eigentlich fast dieselbe Qualität wie auf dem großen Mikrofon und was natürlich auch praktisch ist man kann das Mini-Mikrofon halt auch mal schnell irgendwo hin mitnehmen das geht beim großen Mikrofon natürlich nicht deswegen würde ich sagen wenn man sich das Mini-Mikrofon als Ergänzung zu einem normalen Mikro holt ist das so eine 6 von 10 ich denke wenn ihr damit einfach nur irgendwelche Podcasts machen wollt oder so oder halt euch so ein Influencer oder wenn ihr so ein Influencer-Vibe machen wollt so TikToks drehen könnt mit so einem Mini-Nike oder wenn ihr damit so Instagram-Stories drehen wollt dann ist das schon recht gut allerdings gibt es da finde ich ein paar bessere auf dem Markt habe ich schon so gehört und öfter gesehen da gibt es noch so eins das hat hier oben gar nicht so diesen typischen Mikro-Kopf I don't know sondern ist einfach ja nur Mikro und ich glaube dass das auch noch mal ein bisschen besser das hier würde ich dann eher nicht so dafür verwenden für eine richtig gute Don-Qualität würde ich mir dann gleich doch eher ein anderes kaufen ja falls euch jetzt interessiert wie so Kopfhörer versus das Mikro klicken dann schaut doch gerne hier vorbei oder wenn ihr jetzt nach dem ganzen Technik-Anlust auf ein spannendes Robler habt schaut doch gerne hier vorbei macht's gut bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal